Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt kommen bald die langen Winteräubigen, wo man gerne zu Hause bleibt, in Kleider, wo es einem so richtig wohl ist. Jetzt gibt es darum bei Coop eine glatte Nachtwäsche, und zwar für Gross und für Klein. Fast schade, wenn man sie nur im Bett anhat. Modische Maxi-Nachthemper mit einem Oberteil aus reiner Baumwolle, wo es einem so richtig wohl ist drin, mit einer romantischen Taube und einem herzigen Blümelmuster. Und das Maxi-Nachthemper mit dem verträumten Dessin aus einer pflegelechten Baumwoll-Poliester-Mischung. Auch das gibt es in verschiedenen Farben. Für die Jüngsten gibt es die praktischen Kinderskindress. In diesen kann man sich wirklich bewegen, wenn man will, der Rücken bleibt, immer schön deckt. Die Skin-Dress sind aus dem beliebten Frotte-Stretch. In der Grössen 104 bis 164. Und die Skin-Dress und die Nachthemper, die wir Ihnen heute vorgestellt haben, die finden Sie in allen Coop-Centern und Coop-Warenhäuser zu unglaublich günstigen Preisen. Und ich habe Ihnen noch einen Tipp, wie Sie fit durch den Winter kommen. viel, viel, viel Orangen essen. Denn diese haben viel Vitamin C. Die Orangen haben aber ja nicht nur einen hohen Vitamin C-Khalt. Die Orangen haben ja unter anderem auch 13 Mineralstoffe, wie Phosphor für die Nerven und Eisen für die Blutbildung. Und 14 Vitamine. Neben der Vitamin C hat es zum Beispiel das Vitamin A, was ja gut ist für die Augen. Und Coop sorgen dafür, dass die Orangen erntefrisch in die Coop-Laden kommen, damit die wertvollen Mineralstoffe und Vitamine erhalten bleiben. Vorgestern gerntet und verladen in Spanien und morgen in Ihrem Coop-Laden. Spanische Orangen voll Sonne und Vitamine. Profitieren Sie jetzt von dem günstigen Coop-Angebot. Spanische Orangen zum Wochenende-Hitpreis. Aber nur morgen, übermorgen und am Samstag. So, das wäre es gewesen für heute. Auf Wiedersehen. Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Achtet Sie auf die neuen Spielzeugangebote in Ihrem Coop-Laden. Alles Qualitätsspielzeuge zu günstigen Preisen. Die nach Tempel, die Sie gerade gesehen haben, gibt es für 17,90 und 19,90. Und die Skindress für Kinder zwischen 13,90 und 17,90 je nach Grösse. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop ein Kilogramm Weissmehl statt 1,20 nur für 85 Krabben und zwei Dosen japanischen Ton Rosé statt 3,20 für nur 2,80. Zwölf ausländische Eier kosten statt 2 Franken nur 1,60. 250 Gramm Kochbutter statt 2,35 nur 2,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 400 Gramm Linzerturte von Coop für nur 2,40. Und ein Kilogramm spanische Orange gibt es bei Coop für nur 1,10. Als aktueller Preisschlager zwei Paar-Harensocken für nur 4,90. Untertitelung des ZDF für funk, 2017